dann reiten wir zum gefängnis war er ist gleich hier erledigt die kugelwelt erfahrung den gefängniswagen über ihre bewusstlosen körper ja gut suchen wir die mal die sind dahinten breiten wir los wir fangen oben an da ist einer wir nutzen das als wache die kaufel ist aktiviert komm kannst du nicht fangen wenn sie tote was heute nicht toten toten töten wollte die töten da müssen wir bei der haus bleiben aber spielen werden das musik so da wären wir und komm komm den haben wir schon mal und drüberfahren den haben wir, ja und dann jetzt mit dem unteren da war nicht mit absicht tut mir leid da ist der nächste hier schon wieder, lass mich in ruhe komm so den haben wir auch so, der Plagen ist da hinten Plagen steig auf lauf da rum, genau und einmal umfahren so und dann den letzten der muss in der Stadt sein da geh ich von aus wo ist der? ja, der ist da oben muss ich hier durch den Wald gleich hier fahren wir mal wieder raus komm hier ein andermal wieder wie düster es auf einmal wurde also gut, gib mir die was wer zum teufel bist du? versuch den Helden zu spülen oder was? verpiss dich, wenn jemand diesen Teufel verpügeln darf dann bin ich es danke freundlicher Fremder bleib ruhig still ich werde dich erst verpügeln und dann zur Inquisition bringen zumindest ist mein Hintern schon geballt ja hey so meine arme Rüstung meine arme Rüstung komme ich da jetzt nicht durch oder was? das sind alle lass uns diese Irren zu den anderen Irren bringen so nein andere Richtung meine arme Rüstung mit einem weiter plus erwartet die Vision lieber nicht wo müssen wir hin hier hin ok nächste nach oben boah das war knapp ich fahre hier na da sind die schon wieder hast du uns erwartet nein im Ernst nein und jetzt bezahle endlich noch nicht wir müssen immer noch die ultimativen Beweise vorführen zu diesem Zweck als so eine prächtige Lieder von uns oder bleiben zum Glück ist deine Aufgabe zuhelf wir kennen ein Militärlager dem solch ein Gerät gelagert wird du musst nur hineinspazieren und das mitnehmen dafür noch einmal wieso wir das alles machen ist hier der kirchliche Dienst zu trivial vielleicht möchtest du dass wir die Einsätze erhöhen ich verstehe nicht ganz Moment mal jetzt verstehe ich und der läuft halt weiter ja so übernimm das Militärlager nehmen du alle tötest was Militärlager oh ne jetzt hab ich Angst boah Kriterlager ausschalten ich hab so ein Gefühl da sind eine Milliarde Ritter ich hab den Ding jetzt nicht mehr wo geht's da hin hier wir sind schon fast da jetzt nur runter und dann ne die vielleicht irgendwie zwischenspeichert ach nö seht ihr da doch beim minimap wie viele da sind an Wachen ich hoffe der Speicher zwischen ansonsten ach nö ein Ringling ein Ringling und dann ganz nicht ich ich oh geil du musst dein Leben wieder aufladen und regenerieren dein Leben wieder aufladen Ja, erst mal. Nein! Boah! Ach, nein. Ja, 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 das kennen wir schon, hallo. Ja, das kennen wir. Ja, und du lauf mal wieder den hinterher, genau. Los, Dickerchen. So, Ausdauer wieder am Arsch. So, da ist der Eingang. Ausdauer eben ganz schnell tanken und dann... Ist das Starteinkommen? Halte dich fern. Ne, ich muss, ich muss euch leider töten. Äh, noch ein Schritt und wir werden Gewalt anwenden. Das ist das, schnapp ihn dir. Aber immerhin keine Fahndung. So, die beiden haben wir. So, ein Ringling, ein Ringling. Jetzt kommen die alle. Oh. Oh. Kann ich hier sonst irgendwas klauen oder sowas? Irgendwas nehmen? Oh. Ne, Gold brauche ich nicht. Auch irgendwas, was Leben gibt. Ja, sowas. Den haben wir. Oh, ne. Ich hab aber gar kein Schild mehr. Scheiße. Oah. Oh, ne. Ach, ne. ich hab ne idee bevor wir da hingehen holen wir uns eben ganz schnell die arke buse oder den flammenwerfer von winchie müssen wir aber eben ganz schnell nach nach westen reiten irgendwie in unseren pferd organisieren und dann dahin vielleicht noch eine rüstung dazu wo ist die brücke nach unten ok aus dem weg ich laufe hier ja kutsche er hatte gar nicht reagiert geht jetzt auch nicht ich glaube auch die anstatt das wäre jetzt sehr praktisch ja aber was ist das auch ein pferd er hat panzer fährt ja genau neben ganz schnell die rüstung holen im norden hier hinter disneyland die rüstung sind wir jetzt wieder in ritter gekleidet jeden fall mal ein gepanzer wir brauchen ein besseres schild finde ich ein aus metall statt aus holz ich will mehr durchhalten aber ist nun wo kriegen wir so ein metall schild her jetzt erstmal wichtiger zu winchie oder den panzer wagen der panzer wagen wird noch viel geiler ich nehme den panzer jetzt schon gereicht holen wir uns den panzer aber die akkabuse hat jetzt auch trotzdem gerne noch mal wieder hier ja dann sind die gold und dann wird man den wieder und panzer panzer da ist der panzer warum steigt rein einfach ein hier steigt ein ja auch wenn es scheiße ist mit dem zu fahren ich will den jetzt tschüss pferd braucht ihn nicht mehr ein bisschen voll war es hier durch ja von dem der puls woher oder wie man ihn nennt noch eben einen schluck meiner cola genommen meine energies nehme ich alle so die werden gleich genug ballern die sind gleich wieder weg äh 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 ne falsche richtung diesen weg so dann aus dem weg oh ja 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 da war jetzt ein fehler egal ich wollte das fährt nicht ihn und vergaß so jetzt müssen wir hier rein glaube ich war das so zuerst so 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 Hey, what? I'm ringling, genau. Um. 15 doof. was für eine professionelle übernahme was für ein monumentale bleibt wir haben diese irre mitgebracht endlich können wir beweisen dass die erde nicht rund ist das geschätzt wir werden jeden beweis auslösen den ihr verzweifelt zusammenfügen wollte es gibt einen beweis den ihr nicht leugnen könnt wir werden euch von dieser leid aus so hoch schießen dass ihr im himmel aus die flachheit der erde sehen werdet das klingt ziemlich vernünftig aber woran wissen wir dass wir bei der landung nicht sterben werden wir könnten das testen zum beispiel an einer kuh wir haben für solche einen fall sogar in form eine vorbereitung ich denke schon aber trotzdem das klingt nach einem plan schreiten wir im namen der inquisition fort bringe die von der inquisition sanktionierte kuh zu bleiben ja wo ist die kuh ich würde sagen wir schauen mal dass wir die fahndung wieder loswerden weil ich ein bisschen vertreiben wollte ich hier in der nähe ist aber nix für die fahndung so gibt es irgendwas in der nähe gerade sorgen dass ich dass ich da jetzt nicht wegkomme auch hier hat jemand geld liegen lassen so jetzt brauche ich ein pferd so dann holen wir uns eben ganz schnell einen termin bei pimpers ab wo ist jetzt nach rechts aus dem weg da ist wieder eine rüstung die holen wir uns eben ganz schnell komm ich so nicht durch dann ab zur kuh wo ist denn die kuh moment wo sie die quest vielleicht nochmal machen hoffe nicht wo steigt aufs pferd brauchen wir da jetzt ist ich hoffe ich muss die quest nicht nochmal machen jeder aber was los alles 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 oh nö oh nö so dann ist die inquisition doch nicht wahr sein kann doch echt nicht wahr sein jetzt passiert hier passiert hier jetzt was hallo hier passiert jetzt gar nichts ich würde sagen wir pausieren mal kurz die aufnahme und dann nach einem kleinen schnitt werde ich gleich wieder sehen wenn was wieder funktioniert dann bis gleich wir haben jetzt eine halbe stunde später jetzt ich hatte jetzt eben kleinen cut gemacht weil das spiel einfach irgendwie nicht mehr weiter wollte die musste denn ganze quest von neu starten deswegen habe ich euch mal den leid erspart und das hier vorgespielt bis hier hin bis zu dieser stelle und ja dann würde ich sagen wenn wir hier jetzt weitermachen weil wir das letzte mal stehen geblieben waren dann muss ich jetzt irgendwie an dem wieder vorbei jetzt komme ich hier nicht dran vorbei toll doch wechseln und ab zu der kuh ja Nein, 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 zu weit. Muss da hin. Oh. Oh. Ja. Muss ich ein ganzes Müllchen sorgen, oder wie? Damit die Kuh hier vorbei kann. Weg damit. Kann die Kuh jetzt da vorbei? Ja. Genau, dieser Weg. Ich bin da immer noch zu viel Müll rum, oder wie? Weg damit. Damit weg. Da. Weg damit. Lass den hier auf. Du musst da durch. Lass weg. Jetzt müsste die Kuh noch da durchkommen. Hoffentlich. Was ist mit dir? Blöde Kuh. Einmal so. An diesem Weg. Ja, ja, ja. Passt. Du hast es gleich. Ja, ja, ja. Komm, geht die Kuh nicht. Woran liegt es, dass die Kuh jetzt nicht da hin will? Du musst da hin. Oh, die Kuh. Ein falscher Weg. Äh, was, 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 was? Nein, 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 zu zweit. Ja, meinetwegen renn mich um, aber geht da rein. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Irgendwie, gut sagen wir, irgendwie, äh, von der Inquisition zu der, äh, Gleide. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm schon, Kuh. Was ist mit der? Muss ich die erstmal komplett wegführen, oder? Damit das alles, äh, despawn wird. Äh, jetzt ist die Kuh hier. Genau. Ja. Hm. Ja, ist alles weg jetzt, baunt. Zumindest denke ich, dass es auch, aufregend sein wird. Ich meine, haben wir es jetzt geschafft. Das ist sie, der Vorbote, der deine runden Idole zerschmettern wird. Du scheinst ein Mann zu sein, der weiß, wie man eine Kuh aus einer Glieder abheuert. Wie ist uns die Ehre erweisen? So. Verlade die Kuh auf die Glieder. Da haben wir es. Das war fantastisch. Klar, die Kuh ist verreckt, aber ein Mensch ist einfach viel zu leicht und würde nicht so schön auf den Boden klatschen. Aber, ja, das klingt absolut logisch. Absolut. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja wissenschaftlich nicht so bewandert, aber dennoch zweifelig an der Sicherheit dieses Plans. Oh, du Ungläubiger. Na gut. Unser treuer Agent liegt an dir, den Landplatz für diese Ungläubigen zu sichern. Überrascht das eigentlich noch ihm, B? Fehler im Heuwagen vom nahegelegenen Feld. Dann gönnen wir uns unser Schwert und... Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020